Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Counter-Strike Global Offensive Wingman. Mit dabei wieder Franzi. Hallo. Und mal gucken, ob diese Runde auch... Geh mal kurz. Ob wir diese Runde wieder easy durchwaschen oder ob es ein bisschen schwerer wird. Ah, die Nate kam gut vom Gegner. Einer ist Mitte auf jeden Fall. Ich glaub, einer ist Ebs. Ich geh mal Pit rein. Ja. Sonst zurück lang. Oh, die spielen voll defensiv. Ich mag das nicht. Bei der Mitte. Ah, scheiße. Oh, Mist. Kommen, glaub ich, zu dir. Denken bestimmt, ich bin B. Oh. Sentent Defensive. Oh, wer ist besser? Der ist uns seit... ...und... ...woll? Hinter der Kisten wahrscheinlich. Ah, oder da in der Ecke. Oh, Gott. Oh Gott. Nein. Du komm doch her! Scheiße. Oh, scheiße. Ich mach ihm 58 in vier. Ich hab mir zu viel Zeit gelassen. Ja. Da haben wir Eko oder kaufen einfach hier Forsten? Äh... Eko, ne? Ja. Okay. Come on, come on, chop, chop. Oh, der... Einer hat ein Head-Up kassiert. Einer ist hier... ...Apps unterwegs. Ah, Mitte. Oh Gott. Mitte close. Linke Seite. Geht lang. Deiner Scout. Ich hab kalte Hände, das ist nicht gut. Gehen jetzt beide da hin? Jetzt hab ich gesteppt. Komm, zeig dich. Ich hab noch geduckt. Aber er hat sich gezeigt. Ja. Einer hat 60 HP im Minus gehabt von mir. Weiß du, sorry. Ja. Nicht schlimm. Jetzt kaufen wir. Ja, sie haben. Und machen die fertig. Okay. Ansage, bitte. Ich geh in meine Apps rein. Okay. Einer ist wieder mit seiner Scout-Mitte. Scout down. Ist da noch einer? Nicht gesehen, aber Bomb ist down. Also der wird da gleich rumkommen. Ja, da ist einer. Mitte. Ich hab einfach durch den Smog geschossen. Achso. So, der wirft was? Flash? Nee, Smog. Ich hab da einen Schatten gesehen. Habe ich ganz kurz seinen Schatten gesehen. Er wollte sich so durchsneaken. Ja, den Schatten-Hack hat er auch noch. Oh, nee. Are we Russian-N? Or are we doing sneaky-peaky-like? Oh, die Mates. Hast du wieder was? Ah, ich bin, ich... Ich bin so schlecht. Throwing smoke. Hält mich jetzt bestimmt der Koppel jetzt hinter mir oder so? Wer weiß es nicht. nicht Hat er eine AK gehabt oder so? Ja. Vorhin bin ich zu schnell gestorben, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass die so schnell da sind. Aber, ja. Kannst du mal was legen? Ja. Möchtest du die AK wieder haben? Nee, nee, kannst du spielen, kannst du spielen. Nee, du machst keinen Kill damit. Dann komm ich noch schnell ran ab. Die kommen viel zu schnell um die Ecke. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie das ist. So, beide gefehlt. Gott sei Dank habe ich die Ecke angegeben. Obwohl, also, war ich... Ich komme nicht so klar damit, dass sie so schnell um die Ecke kommen können. Ja, die spawnen relativ. Ja. Gerade oben manchmal. Weil ich denke immer so, ach, wir brauchen eine Ewigkeit, bis sie da sind. Ja. Ja. Slash Mitte. Lang für... Einer ist Mitte. Eure könnte Epps kommen. Ja, ich guck Epps. Na Mitte oben. Taps down. Bombe down. Seltsamer Mitte. Ja, fuck. Der Slow minus 56 geht lang. Der ist jetzt in dieser Ecke da. In der Pissecke. Da lang. Vor Archway. Ja. Weißt du da? Nee, lang. Ach so, da. Ja. Ja. Ja, ja. Genau da. Ich bin ein bisschen verwirrt bei der Map. Oh. Hier liegt eine Granate. Und ich verwechsel irgendwie, warum auch immer lang und kurz bei der Map. Nur bei der Map. Immer kurz. Also lang. Okay. Geh mal Apps hoch. Wir smoken hier. Ne, flashen. Oh, schön. Dann. Fuck. Ähm. 40 HP. Geht jetzt kurz. Ja. Komm. Läuft. Ich dachte, der wäre jetzt doch lang gegangen. Und ich wollte dann hinter ihm kommen. Was? Alles gut. Scheiße, Mann. Soll ich der M4 kaufen und du gibst mir? Ja. Okay. Move it, son. Deploying flashbang. Mitte wieder flash. Das war ich? Oder? So, lol. Ja, kann sein. Das ist deine war. Ich guck Apps. Ich bin in Mitte. Mitte einer. Der läuft hoch. Ich war noch am spawnen. Keiner down. Bombe down, bitte. Äh, andere auch mit. Ah, scheiße. Short. Der hat Short geguckt. Sehr schön. Lol. Der darf natürlich nicht nachladen, wenn der mitten offen so steht. Ne. Das kann ja gleich um die Ecke ziehen und den Baller. Das ist aber ne Sache, die viele z.B. im MM einfach nicht checken. So, die hören den Gegner nachladen und warten erstmal, bis der in Ruhe nachgeladen hat. Und dann pushen sie rum. Und dann guck ich den immer zu und denk mir so, hätt's jetzt auch schon pushen können. Dann wär der down. Das nennt man Höflichkeit. Achso. Was machen wir denn? Einfach Mitte durch? Oder? Das ist äh. Ist einer? Ah, easy. Ah, nee. Oh, rot. Der hat 510. Letzter Onside. Onside. Oh, leil. Ach, schnell noch Plänken. Lalalalalala. Ah, vertraue niemals auf den Burst, ey. Ja. Aber du hast denn ordentlich Schaden gemacht? Ja, das stimmt. Warte, ich kann gleich mal gucken, wieviel. Ich schabe ihm. 46,4 immerhin. Und dem anderen 99,4, was? Lol. Läuft bei dir. Guck mal nur. Pit töte wo? Einer Library. Ah, scheiße. Pit hat mich direkt getötet. Ich hab keine Flash, das ist du. Hattest du ne? Ne. Pit oder Heuwagen kann auch sein. Der hat mich mit einfach quasi One-Click getötet. Gibt's nämlich ne schöne Flash. Und hockst du dich hier so an die Säule. An das Ding hier. So die da gegen. Dann ist Flash. Nice. Aber jetzt. An die Flash. Geht das nicht. Deiner war Library. Hello? Ah, die Mordhofer ist gut. Der ist unter Barkung. Ja. Nice. Oh. Ah, jetzt heißt es wieder, dass ich hacke oder so. Hacker. Pass auf, die schreiben direkt schon. Ich hör das doch schon. Riecht das Salz bis hierhin von denen. Mal Apps drin. Ach, du hast die Bombe am Mist. Ja, das wird schon. Ich flash mal Pit direkt. Wenn jetzt keiner Balkon pusht. Oh. Einer Pit. Oh, der hat mir direkt einen Hattstück gegeben. Und einer mit, ähm, Scout irgendwo wieder. Ich glaub lang. Einer ist unter Balkon. Bin low. Transport direkt. Spot down. Letzter La- äh, Pit, Pit, Pit. Was? Ja, der ist, äh, in dem, äh, Eck immer noch. Da links von dir. Da links von dir. Ich muss null, glaub ich. Oh, schön. Das war fies von mir. Das war richtig gut, ja. Gut, das war's schon wieder. Wir sind wieder einfach mal drüber gefahren, mehr oder weniger. Okay, die waren jetzt ein bisschen schwerer, aber... Ja. Ging eigentlich. Die waren auf jeden Fall intelligenter irgendwie. Ja. Die anderen sind immer nur so reingelaufen. Dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Mal, wer es ein nächstes Mal geben wird. Und ja. Bis dahin. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.